Hallöchen Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Part von MW2 genau, von MW2. So, ich hab mir mal gedacht, ich hab Bock, einfach nochmal hier, nochmal eine neue Runde zu spielen und ich freute mich mal ganz, mal ganz lustig sein heute und versuchen mit einer, hier mit einer, ähm, ähm, Sniper zu spielen und ich sag mich jetzt mal ehrlich, ich werde hart verkacken, was sieht denn der ist denn da, wer, kommen wir nicht mehr. Ja, wenn man speziell kann, dann machen wir Blends und dann Auslusten machen wir, Splitter, klar, warum nicht, äh, schneller nachladen, Feuerkraft, das da, äh, klar, äh, das da, warum nicht, ich hab keine Ahnung. So, noch Witz, oh Gott, okay, okay, gut, dann wollen wir doch jetzt mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich hab vorher schon ein bisschen was mit der Sniper gespielt, aber, nein, ich wirklich, also, man ist wirklich gut und, bis auf, bis auf das eine, bis auf das eine, bis auf das eine Spiel, wo ich richtig guten Sniper bin, beziehungsweise eigentlich Barmer, ähm, das ist, ähm, ja, ich mein, das heißt ADA, also, Aliens of Valiant Army oder sowas. Ops, ich hab nichts gesehen. Äh, ja genau, Aliens of Valiant Army ist, mein ich, das ist das einzige, äh, Shooter geben, wo ich wirklich gut war mit dem Sniper. Da hab ich wirklich einfach nur jeden Weckerotzt mit dem Sniper. Da hins doch einer. Da. Oh fuck. Ach komm schon. Ach, das ist doch scheiße. Entschülle ich mich. So, ernsthaft, was denke ich? Was denke ich? Ja. Gut, ich bin wirklich nicht gut mit dem Sniper. Ich muss sagen. Also es ist wirklich noch eine Gameplay ist bewillungsbedürftig. Oh, dann schmeiß ich doch mal eine Granate. Hiiii. Ja. Und ansonsten, was für Shooter-Gaps hab ich denn noch gespielt? Ansonsten hab ich eigentlich nur doch dann Counter-Strike gespielt, wo ich meine Kurzzeit lang einigermaßen gut war. Einigermaßen. Für meine Shooter-Game-Skills war ich gut. Da haben nämlich keine. Aber... Ähm... Ja. Ähm... Was würd ich jetzt sagen? Wir haben auf den Moment... Oh! Ja! Ja! Das hab ich gekillt! Ja! Naja... Naja... Ähm... Habe ich... Counter-Strike gespielt. Das war das einste eigentlich, was ich zwar ein... Shooter-Game... Außer MW2 jetzt gespielt habe. Halt... Ähm... Ähm... AVA auch noch ein bisschen, aber... Ja... Also ein einfaches Shooter-Game im Grunde. Naja, auf jeden Fall hab ich sonst eigentlich... Eigentlich nix gespielt und... Deswegen hab ich ja nicht so viel Erfahrung und... Ja... Ja... Genau. Das Lustige ist, dass hier... Das Spiel hab ich mir noch nicht mal drückt. Och komm schon! Drecksgranaten! Ja komm! Das ist doch... Keiner Luck-Shot! Oh Mann! Das ist doch... Gah! Das ist doch scheiß Dreck! Das ist doch unfair! Äh... Das ist nicht hinter mir einer... La 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 la... La 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 la... Äh... Äh... Och komm! Das ist doch scheiße! Ja, wie sind Sie? Was sind... Alter... Ja... Das ist doch scheiße! Stippst, du stippst, du stippst. Schade. Wo bist du? Schuhe mir jetzt. Schuhe mir jetzt einen. Zack! Zack! Schade. Ich glaub, das macht nicht viel Schaden, oder? Schau, das kriegt nicht viel. Zack, 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 zack. Auklärung für alle online! Auklärung für alle online! Auklärung! Geil! Von hinten. Konzentratiert. Konzentrat... Konzentration. Konzentration. Das muss ich mich konzentrieren damit ich... Komm, ich kriege jetzt mal einen hin. Der Sniper. Och, komm, scheiß Heli! Mann, Dreckshelikopter! Ah! Man kann auch mal ohne die Helikopter spielen. Da, einfach nur ohne und dann... Das ist doch scheiße. Ich habe es geschafft. Jeder, der hier lange will, kriegt es mit mir zu tun. Jeder, der hier lange will, kriegt es mit mir zu tun. Scheiße, die kommen von da, oder? Ähm, ja, von da. Wo seid ihr? Hallo? Ähm, Scheiße. Oh! Scheiße. Da war ich. Seht ihr, wie geil ich spielen kann? Ist doch, ist doch gnadenlos. Naja. Oh Mann. Ich hab mehr. Endlich kann ich nochmal ordentlich wissen, was spielen und so. Ich muss jetzt die letzten Tage relativ viel lernen. Ach komm schon, warum schon wieder sowas? Ist doch scheiße. Drecksfuckfisch. Fuckfisch. Du scheiß Hurensohn. Oh, oh, aus der Hälfte. Oh, oh, oh. Oh, oh. Naja. Äh, und dann hab ich so, äh, schneller hoch, schneller hoch. Ich bin schon wieder tot. Och, Drecksfischer. Och, stirb. Verkrieg ich mich jetzt in der Ecke. Oh, na toll. Ähm. Äh. 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 Ähm. Klärer. Äh. Äh. Und dann muss ich... Ja, das ist doch Cheating. Ist denn das Cheating? Niemand ist so gut und kriegt eine Art Trunkbombe ohne Cheating, oder? Ich weiß nicht, was ich so sagen. Weil das ist wirklich einfach nur Cheating. Cheating, Cheating, Cheating. Nein, 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 niemand kann mir was sagen, das ist Cheating. Naja, auf jeden Fall, was ist das? Naja, auf jeden Fall, ja, konnte ich jetzt endlich nochmal ein bisschen was aufnehmen und hoffentlich kann ich das auch nochmal in der nächsten Zeit ein bisschen was regelmäßigeres bringen, weil ich einfach nur in der letzten Zeit lernen musste, lernen musste. Letzte Woche musste ich für Latein lernen, Latein, HÖ. und Geschichte und so, alles und eins und dann, alles super und toll und yay. Ähm, ja. Und dann halt eben noch Formate lernen. Naja, was ich heute geschrieben habe. Yay! Ich werde jetzt mich zu Todessnipern und alles wegficken, was so vor meiner Linse kommt. Komm her! Komm her! Sorry! Ja, 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 ja. Snell hoch! Komm her, herrung, herrung! So, jetzt wollen wir mal gucken, ob ich von hier was wegmache. Ob ich von hier was runterhole. Ob ich von hier Kills machen kann. Wenn ich mal einen Gegner sehen würde. Okay, interessant. Ich sehe niemanden. Ich glaube, aber nicht zu weit vorgehen. Und, ach Wichser, die kommen jetzt von da. Alles klar. Komm her. Komm. Ach komm, ja. Was ist das denn für ein Scheiß. Ja. Wie kann man da? Das ist doch... Keine Ahnung. Wenn man da hochkommt. Ja. Ach, das ist doch ein Dreck. Das war... Was? Das ist doch reiner... Das ist doch reines Glück. Reiner Lackschutz. Oder nicht? Das ist doch... Das ist doch scheiße. Das ist doch Dreck. Ach man, was für Wichser. Mein von hinten... Komm, nein. Ach fuck. Das ist doch scheiße. Das ist doch alles ein Dreck. Ich will nicht mehr. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Ich muss sagen, ich bin wirklich gut. So, und was für dieser Russe von mir. Den krieg ich jetzt. Den krieg ich jetzt. Den krieg ich jetzt. Den krieg ich jetzt. Ach, der ist schon tot. Ist klar. Ist die selbe auf Wich, oder? Geil! Ja. Mit einer Sniper waschen. Okay, haben wir es dir. Och, kommt der von... Was für ein Wichser! Der stirbt! So. Du hast mich zu lange aufgeregt. So, jetzt kommt ich von unten. Och, fick dich doch. Ja, wenn sie sich jetzt langs- und fertig mit Punkten. Gut. So, dann wollen wir doch jetzt mal gucken, dass es weitergeht. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wie es weitergeht. Das muss dahinter. Und da hin. Und da lang. Und da hin. Und da hin. Luft einhalten. Lüfternhalten, Lüfternhalten. Was hat der gemacht? Warum ist der... Och, dann kommt so ein Wichser! Hä? Drecks. Drecks, Leute. Ach, das ist doch... Das ist doch der... Das ist doch der... Ja! Ich hasse euch doch. Ich liebe euch doch auch. Dreckswixer. Ich mag die Leute nicht. Die sind scheiße. So, wir wollen doch mal gucken, wie es läuft mit der Pistel. Und da kommt einer von Händen. Was willst du eigentlich? Drecks. Dreckspack. Ja, was ist das denn? Der Startkilometer von mir weg. Das ist doch kacke. Was? Alter, das... Dreck. Fuck. Die Kinder ringen mich auf. Okay. Ah, gut. Gut. Okay. Ich würde mal sagen, das war der Part und... Schon wieder ist der Dreckswix. Ah, was für ein Camper, was für... Ah, okay. Nur drei, äh, nur Dreck ist, okay. Okay. Ich würde mal nur sagen, das war's für den jetzigen Part. Ich hoffe, euch hat er wieder nicht gefallen. Und abonniert mich, wenn nicht. Und dann, wenn doch, dann doch. Und wenn nicht, dann ist mir doch auch alles wurscht. Ähm, macht was ihr wollt. Und genau. Dann, tschau.